Hi Leute, ich bin Franziska, bin derzeit Praktikantin an der Sindelskohle in Nordrütland und ich zeige euch heute mal meinen Arbeitsplatz ein bisschen genauer. Ich bin zusammen mit meiner Mentorin in der 7., 8. und 9. Klasse und da jeweils in den Deutsch- und Englischstunden. Wir befinden uns momentan hier. Das ist der Trakt, wo die Administratoren, die Schulleitung, Sekretariat und sonstige wichtige Leute sind. Insgesamt sind in der Schule ca. 700 Schüler. Sie gehen von der 1. bis zur 9. Klasse. Das heißt, es ist auch ein bisschen aufgeteilt. Hier in dem Gebäude findet man die Schüler der Unterstufe, in dem Teil die Schüler der Mittelstufe und weiter hinten hier sind die der Oberstufe zu finden. Ich glaube, jetzt ist auch dann gleich Pause. Hier riecht schon super lecker nach Festo-Faninis und Hot Dogs, denn der Pausenverkauf beginnt gleich. Und sehr technisch fortschrittlich, hier wird auch nur noch mit Mobile Pay bezahlt. Jeder hat hier seinen eigenen Spinn mit Bild. Und am Boden sieht man lauter Fußabdrücke, dass die Kinder wissen, in welches Klassenzimmer sie denn gehen müssen. Was ich super finde, die Fensterbänke hier werden als Leseecke umfunktioniert. Hier ist eben das Arbeitszimmer der Lehrer. Und ja, man sieht, alles super vollgekramt mit Ordnern und Papier. Da am Fenster ist auch mein Arbeitsplatz. Ich bin gerade dabei, ein paar Spiele oder Karten für das deutsche Haus zu sortieren, wie die leichter ein paar deutsche Wörter lernen können. Das ist mein Stundenplan. Dienstag und Donnerstag bin ich im deutschen Haus. Dann habe ich Englisch in der 9. Klasse, Deutsch in der 9. Klasse. Genau. Hier an der Seite findet man alle möglichen Materialsammlungen für Lehrer. Laminiermaschinen natürlich auch sehr wichtig, vor allem in der Grundschule oder wenn man Spielfelder macht. Und wenn man die Treppen hochgeht, dann kann man gleich sein 1x1 üben. Das hier ist eigentlich so der Ort, wo die Lehrer ihre Frühstückspause oder Mittagspause verbringen. Der ist natürlich ganz wichtig in einem Lehrerzimmer. Ich würde mal sagen, der ist hier eigentlich im Dauereinsatz. Wo ist sie denn? Die Espresso-Schokolade schmeckt eigentlich immer ziemlich lecker. Und was schmeckt besser zu heißem Espresso-Kakao als Zimtschnecken? Viele outen sich als Fußballfans jetzt. Das hier ist die Liste vom Leber-Pasteten- und Nutella-Club. Jeden Freitag muss ein Lehrer ein Schwarzbrot, Weißbrot, eine Gurke, zwei Leber-Pasteten und ein Glas Nutella mitbringen. Interessante Kombination, aber das lieben sie. Ganz oft findet man hier aber auch Geburtstagseinladungen im Kollegium. Die sind auch sehr stark miteinander verbunden und feiern alle ihre Geburtstage auch zusammen. Letztlich ist das hier eigentlich so mein Lieblingsraum, wo ich viel in den Pausen verbringe, denn hier ist eigentlich immer was los. Ich weiß, das macht jetzt momentan vielleicht nicht so den Eindruck. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick geben können, wie denn so der dänische Schulalltag aussieht. Also ich habe mich für ein Praktikum im Ausland entschieden, weil ich einfach zum einen natürlich neue Leute und Kulturen kennenlernen möchte, aber auch den Einblick in das Schulsystem anderer Länder bekommen habe und dadurch auch viel gelernt habe. Natürlich Praxiserfahrungen, wie gebe ich mich vor der Klasse, wie wirke ich selbstbewusster, aber natürlich auch, wie man den Unterricht gestalten kann. Zum Beispiel hier wird ganz viel darauf geachtet, es spielerisch anzugehen und habe ich viel mitgenommen, dass es eben nicht wie in Deutschland immer zielgerichtet sein muss mit Büchern und Arbeitsblättern, sondern ganz oft eben auch der Weg, das Ziel ist, dass Schüler hier eben selbstständig lernen und selbst dafür verantwortlich sind. Ja, vielleicht habe ich jetzt von dem einen oder anderen das Fernweh geweckt oder die abenteuerlos selbst einen Auslandsaufenthalt zu machen, sei es ein Praktikum oder ein Semester. Wie gesagt, ich persönlich kann immer sagen, es ist eine Erfahrung und es bereichert einen um Längen.